hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von layers of fear ich habe in der ich habe eben ein bisschen weiter gespielt also ich musste noch mal von neu also nicht von neu anfangen aber so ein bisschen weiter von neu anfangen also ich bin einfach diesen dächer noch mal kurz lang gegangen so ganz kurz gesagt und habe jetzt gesehen ich wusste nicht mehr ganz genau wo wir waren aber hier ist ein code 314 und wir haben hier ein save den code habe ich in der letzten folge gar nicht gesehen jetzt müssen wir anscheinend irgendwie einmal so und dann 1 2 3 4 bestimmt so oder auch nicht ich hätte jetzt so gedacht so 1 2 3 so warte 1 2 3 1 1 2 3 hier aber schon mal falsch der band 1 3 1 4 3 1 4 ist das neun sein wir mal versuchen erneut das stopp 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 8 9 weil andersrum 1 2 3 1 1 2 3 4 dann auch falsch also diesen code merken wir uns aber fürs später fürs nächste mal so hat sie gerade 12.52 wollte ich noch mal sagen also morgens wenn ich abends ich bin zwar manchmal doof aber so doof bin ich dann auf das spiel ist mir zwar immer noch ein bisschen dunkel hör auf hör auf habe ich gesagt auf zu hallo und haben wir was ne natürlich nicht hier ach guck mal hier ist doch was kann nicht rückgängig gemacht werden weltkugel dies doch wieder hier durchgehen nicht in irgendeiner parallelwelt ewig dat schon sehe ich schon wieder anfälle bei ekelhaftig sage ich dazu nur ekelhaft wahrscheinlich ob ich stehe im wald oder so ja ein wald ach komm her wir spielen ein stöckchen ich glaube ich ein holzbein ja hi nicht so laut hier bitte oh nein 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 er waut sie operat ich will mich jetzt nicht wollte ich nur mal sagen ach ich möchte nie weiter ach einfach schon mal vorher anfangen zu oh guck mal ein rollstuhl kann man merken ich weiß nicht uhuhu ha licht ist doch was schönes guck guck nicht hinter mir ich glaube da war irgendwas hinter mir halbe ok gruseliges bild ok ja na geht so ja findest du auch ne sie ist bisschen halleluja ich liebe das leben 2,2,1 so servus servus und so ne halbe und spiel ich hasse dieses spiel ich hasse dieses spiel was ist das denn für ne pampe hier pampe muso oder was hier oh da ist mir schon wieder zu viel auswahl hier immer wieder 110 räume hier das ist mir schon wieder viel zu viel ho ho bin ich hier wie hilf ist der ratten spur lang oder aber die ratte ist ja da hinten ach komm wir gehen einfach ha wirst du mich erschrecken wirst du mich erschrecken funktioniert nur nicht ah licht ich mag ihn ich hab bestimmt auch schon irgendeine Sachen übersehen guck mal so schnell übersieht man Sachen Leute 12. September sie hat es schon wieder getan vorhin habe ich noch ein paar ihrer kritiken kleine zettel die eine meiner eine meiner jüngsten arbeiten beleidig beleidigsten kann ich mal lesen die beleidigendste hasserfüllste kacke die ich jemals über meine arbeiten gelesen habe ich schätze ich sollte nicht überrascht sein schließlich kennt sie mich gut genug um genau zu wissen was mich wirklich trifft ich kann nur nicht glauben dass sie das wirklich gegen mich verwendet am schlimmsten ist dass sie als ich sie damit konfrontiert habe abgestritten hat irgendwelche zettel angeschrieben sind als ob ich ihre handschrift nicht erkenne meine Güte hasst sie mich wirklich so sehr oder fängt sie an ihren verstand zu verändern ich weiß einfach nicht was ich noch machen soll was war das ja da bin ich hab grad die Übelste Gänsehaut Leute still Lass mich doch raus aus dem ichre haus Und 3, 2, 1 Meins Ich schreie jetzt einfach schon immer so vor Alleluia 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 Da wollen wir doch jetzt nicht raus. Mach die Kerzen an. Mach an. Mach die Kerzen an. Mach die Kerzen an. Hör ich mich, du. Willst du mir eine Waffe nehmen? Ihhh. Da kommt ein Schimmel. Ihhh. Nein, 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 nein Geh nicht da raus. Nö. Noch einen anderen Weg geben. Hier kann ich noch was aufmachen. Guck mal, kann ich noch was untersuchen? So schön. 6. April. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es eben so schwierig ist. Aber er sollte es verdammt noch mal besser wissen. Mit einem Kleinkind. Das ist einfach verantwortlich. Ja. Und einen Schlüssel haben. Da ist viel angegangen. Gucken wir auch mal da hinten noch. Leute, ne? Leute. Leute. Das Haus ist absolut großartig, aber die Städte, mit dem Lager in der Linie, ich denke, dass du mich in den Bedrohungen gehst, als wir in den Gehen gehen müssen. Das muss lieber sein, Freund. Wollte nicht. Fuck niemand. Halleluja! Entfesseln Sie Ihre innere Schönheit mit dem neuen Glamour Fusion Max. Sagen Sie lieber wohl zu Acnenarben, vergrößerten Poren und anderen unangenehmen Hautproblemen. Der neue Glamour Fusion Max Concealer wird Ihrer Haut ein gesünderes Aussehen sowie ein sanfteres Gefühl geben. Betrachten Sie es nicht als ein Abdecken von Unlänglichkeiten, sondern als die Entfesseln Ihrer inneren Schönheit. Ich bin eine französische Modespezialist. Einmal 30. Und salve! Geht zu! Noch nichts. und die prothese die wir schon mal gesehen haben das spiel abgestürzt prothesen die immer satte bastarde an mir keinen eine neue kaufen warum das beschissene bein hier schlafen man auf jeden fall ein bisschen weicher ach ich muss kurbeln kurbel lichter auch cool So funny Stumbling here and there Stumbling everywhere And I'm aRemembering I stepped right on my toes And when she comes and I know I fell arist I fell the ini Stumbling all around Stumbling all around Stumbling all around It's so funny Nothing Nochmal Stumbling all around Stumbling all around Stumbling all around Lalalala Hallo? Dumbling all around Dumbling all around Hool andersrum machen Dumbling all around 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 Oh Also schön wird das Ganze jetzt nicht Ich brauchte einen Jaren und eine Plastikstube Ich habe das Gas vorgelegt Ich wusste wie es gemacht wurde Ich habe das Stube in ein Vane Und sie verbringte Bis das Blut in meine Mache Dann legte ich das Stube in den Jaren Und es durfte einfach kommen Der Tastik von Koppel Hat mich die ganze Nacht Warum habe ich nicht über eine Syringe gedacht? Weil du dumm bist Mein Freund Was ist wenn ich jetzt andersrum wieder mache? Das haben wieder alles schön Der Tastik von Koppel Guck mal Dumbling all around Dumbling all around Dumbling all around Dumbling all around Dfunding all around Ah, guck mal wie schön wäre das Dann gehen wir aber weitern, ne? Jo, guck mal an. Ich glaube, haben es geschafft. Wir haben es mit unserem Blut weitergemacht. Und jetzt sind es andere Flamingos. Andere Flamingos. Größere Flamingos. Achso, guck mal, wie viel wir übersehen. Das nervt mich. Ja, also die Folge, die ging ja heute. Also die war jetzt nicht so schlimm. War zwar schlimm, aber nicht so schlimm. Jetzt kommen noch weitere vier Kapitel hier. Wunderschön, auf jeden Fall. Aber ich würde mich auf jeden Fall für die Folge jetzt verabschieden. Ach, guck mal. Hast selbst jetzt verlogen. Alleine. Du verdienst ab für die... Wird ja immer besser der Brief. Auf jeden Fall, ich werde die Folge für heute beenden. Und nächstes Mal geht es weiter in Form tritt heraus. Mit einer ganz merkwürdigen Musik. Ja, ich werde die Folge jetzt verabschieden. Und nächstes Mal geht es noch hier. Untertitelung des ZDF, 2020